Es gibt Gewässer, die quasi prädestiniert dafür sind, dort Spinning zu betreiben oder schleppen zu gehen. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen eher im Bereich Spinning angesiedelt. Manchmal kann man an diesen Gewässern allerdings auch sehr, sehr gut grundangeln. Und wie und wo am Koori auf Grund was geht, zeige ich dir. Ja, hier am Koori kann man eben nicht nur mit Spinning unterwegs sein, man kann nicht nur schön und richtig gut sogar schleppen gehen, sondern man kann auch hervorragend auf Grund bzw. mit seinem Grundsetup richtig gute Brocken rausziehen. Ich teste jetzt gerade ein paar Minuten, gerade so in den Abendstunden bin ich erst hier hin, und habe mir gedacht, komm, guck mal, wie es so am Abend überläuft und was hier vor allem reingeht. Dann habe ich noch ein bisschen an den Ködern rumgetestet und ich muss sagen, im Moment sieht es so aus. Warum ist das so interessant? Weil speziell der Bach-Saibling gar nicht mal so schlecht ist, vor allem kohlemäßig, und recht leicht einfach zu fangen ist. Einfacher Köder für den Bach-Saibling und das dann auch noch auf Grund ist natürlich sensationell. Wenn dann zwischendurch auch noch mal so eine Quappe reingeht, ist das ja gar nicht verkehrt. Und auch wenn da mal so ein Kaulbarsch sich denkt, alten, so einen dicken, fetten Haken, den zimmere ich mir einfach mal quer rein. Gar kein Problem. Auch das ist natürlich, ja, manchmal halt ein bisschen schade. Manchmal merkt man ihn auch gar nicht. Da muss man tatsächlich zwischendurch mal ein bisschen kontrollieren. Heißt also anheben, Taste R drücken, okay ist nichts. Nächste Route, R, okay ist auch nichts dran, auch nichts dran. Und dann testet man einfach, ob nicht vielleicht so ein winziger Kaulbarsch gerade schon sich den Köder snackt. Und wir stehen dann da und warten die ganze Zeit auf den Biss und es passiert nichts. Ob jetzt hier die ultimative Stelle ist für den Saibling, kann ich noch nicht genau sagen. So lange stehe ich hier halt noch nicht. Aber es fängt eben schon gut an. Und das ist doch schon mal ein Zeichen dafür, dass man hier durchaus auch Saiblinge fangen kann. Ich habe sehr weit ausgeworfen. Ich sehe gerade, vielleicht werfe ich sogar noch ein bisschen weiter rechts rüber, dass ich dann vielleicht so in diesem Bereich dann lande. Wenn ich mir das so anschaue von der Schnur, beziehungsweise gerade auch hier, gehen wir mal der Linie der Schnur nach, dann lande ich wahrscheinlich eher in dem Bereich. Wobei, ja, da zuppelt es gerade los. Aber an für sich möchte ich gerne im tieferen Bereich liegen. Das heißt, ich werfe diese Route hier nochmal neu aus. Auf der anderen zuppelt es ja, wie gesagt. Und dann gucken wir mal, ob wir in dem Bereich was kriegen. Und wenn wir die schon mal draußen haben, gucken wir uns die Route doch mal direkt an. Im Detail. Okay, so ist das Ganze hier aufgebaut. Das heißt, ich stehe hier mit meinen Feederrouten. Man kann sich hier durchaus auch mit dem Feeder-Set Start einfach hinstellen, wenn man gerade im Bereich von Level 16 angekommen ist und sich denkt, geil, Alter, machen wir mal ein bisschen Grundangeln hier am Koori. Durchaus eine Option. Ein bisschen muss man da aufpassen, denn die Saiblinge sind seit einigen Monaten vielleicht so ein bisschen gepatcht worden. Die haben so ein bisschen im Anschlag deutlich mehr Power. Heißt also hier auf jeden Fall drauf aufpassen, dass man ausreichend Schnur auf der Rolle hat. Wenn man da unterwegs ist, vielleicht sogar eher nochmal extra eine geflochtene Schnur kaufen, damit man hier ausreichend Meter hat. Ich bin jetzt hier gerade mit einer Bremskraft von 9,7 Kilo unterwegs. Und diese 2,7 oder 1,9 Kilo Saiblinge, die ich jetzt direkt nacheinander gefangen habe, die hatten schon richtig Bock. Die ziehen am Anfang ordentlich ab. Und werden dann aber auch mit der Zeit natürlich müde, wenn man so viel Bremskraft jetzt hier in meinem Fall von ungefähr 9 Kilo hat. Durchaus geht das natürlich recht schnell. Ich würde aber sagen, so zwischen 5 bis 7 Kilo an Vorfach reicht völlig. Zum einen von der Dicke, von der Scheuchwirkung her, lieber ein bisschen zart reingehen. 5 bis 7 Kilo, ich glaube, das reicht eigentlich völlig aus. Und dann auch hier nochmal so ein bisschen mit den Haken testen. Durchaus möglich, dass man hier auch mit einem etwas größeren Haken drangehen kann. Ich wollte aber erstmal testen, ich sag mal so einen angenehmen Vierer. Das ist immer ganz gut. Ein bisschen über dem, ja doch recht klein wirkenden Sechserhaken. Vierer ist immer so ein bisschen für die ambitionierten, dickeren Brocken gedacht. Einserhaken, wie gesagt, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Und dann hier die Eintagsfliege draufgetüttelt. Gucken wir gerade mal eben, die könnten wir, ja genau, bis zum Einserhaken groß können wir die auch verwenden. Heißt also, wäre durchaus eine Option. So, es wird langsam hell und ich werfe jetzt so ein bisschen mehr rüber. Wir gucken mal, ich werfe einfach mal hier in Richtung von dem Turm. Und dann maximal aus. Ich habe hier einen 50 Gramm Blei drauf, dass wir hier auch ordentlich rauskommen. Kein Clip, ich habe ja keine Futter mische. Futter mische braucht man auch gänzlich nicht. Ist bei den Fischen nicht notwendig, weil sie sich nicht anlocken lassen. Und da ist was winziges reingegangen. Hatte ich gerade gesehen, die Schrift hat so ein bisschen gezuppelt. Heißt, da ziehen wir schnell was Kleines raus. Und ich werfe auch sofort hier auch diese Route jetzt hier in Richtung des Turms. Zack, maximal aus. Dass wir hier richtig schön da in diesen tiefen Bereich reinkommen. Und ja, es kann glaube ich auch ruhig ein etwas schwereres Blei noch sein, dass man noch weiter rauskommt. Wir haben ja hier die gesamte Rinne schön tief. Also ich glaube, wenn man hier oder je weiter man da rauswirft, umso besser ist es. Hauptsache man landet dann wirklich in dem tiefen Bereich. Ich muss gleich hier noch den Bügel zumachen. Habe ich auf der einen Rode vergessen. Beziehungsweise ich habe erstmal absinken lassen. Das war da auch schön weit draußen. So, ab Richtung Turm. Jetzt lassen wir das Ding so ein bisschen absinken. Hier ist zu. Hier ist auch zu. Ein bisschen straff ziehen. So. Das ist wahrscheinlich auch schon unten. Bügel zumachen. Und stramm ziehen. Wenn man hier schon die Möglichkeit hat, mit Köderfisch zu angeln. Go for it. Rein da mit dem Köderfisch. An so einer Stelle. Wenn denn da die Saiblinge schon sind. Schön mit dem Kaulbarsch. Zack. Gib ihm Köderfisch, Kaulbarsch. Und raus damit. Ist natürlich praktisch, wenn man die hier auch noch nebenbei so fängt. Wahrscheinlich. Weniger wahrscheinlich, dass man die da mit dem Köderfisch auf. Also Kaulbarsch auf Kaulbarsch. Aber wenn man hier eben anfängt und man ist dann anfangs mit der Eintagsfliegenlarve unterwegs. Ach guck mal, ich habe hier sogar nochmal einen Sechserhaken. Genau. Viererhaken, Sechserhaken. Und es beißen ein paar Kaulbarsche. Dann kann man es umwandeln. Dann hat man auch einen Kaulbarsch als Köder. Direkt wieder raus damit. Dann ist das schon mal gar nicht so schlecht. Grundsätzlich, ja, auch gerne mal in der Nacht ballern sie rein. Wie das jetzt am Tag ist, muss ich mal gucken. Nachts hat man natürlich immer auch den Beifang, wie gesagt, da geht's ab. Den Beifang mit der Quappe. Das heißt, da muss man natürlich mal schauen, dass das Setup vielleicht dann, deswegen hatte ich jetzt auch 9 Kilo drauf, vielleicht nicht ganz so klein ist. Na, da haben wir wieder einen Kaulier. Denn wenn man da so eine 10 Kilo Quappe hat auf einen 5 oder 7 Kilo Vorfach, das wird ein Drill. Das verhält sich dann, das Ding, das verhält sich dann wie ein Wälz regelrecht. Andere Möglichkeit wäre natürlich auch hier in dem Bereich. Vielleicht hier einfach mal auf die Spitze stellen. Hier das abtesten. Ich weiß noch, wo das Gewässer anders aufgebaut war. War hier diese Rinne. Oder diese Rinnen waren auch immer wieder wichtig. Diese Rinne waren nicht da. Also, diese tiefen Stellen immer wieder auch wichtig für die Saiblinge. Also, direkt wieder raus hier in Richtung Turm. Zack, absinken lassen und ab geht es. Ja, es ist natürlich nicht so ein hochfrequentes Angeln. Das heißt, man hat natürlich auch durchaus die Möglichkeit, dass man sich dann hier nebenbei entweder gezielt auf Saibling mit einer Jig-Montage hinstellt. Jig-Montage, kleine Gummifische drauf und dann locker durchziehen. Da gibt es ganz viele Infos auch in den Rekorden schon drin, welche Gummifische hier funktionieren. Einfach so aus den Allzeitrekorden an dem Gewässer. Da einfach mal gucken, was dann da so reingeht und dementsprechend die Gummifische dann wählen. Auch da würde ich dann vielleicht eher so auch in Richtung Einserhaken gehen. Einfach mal gucken, ob da Frequenz ist. Und dann eben auch hier locker durchziehen. Gucken, dass man vielleicht nicht einmal so eine Untiefe hier hat, beziehungsweise ist einmal nochmal eine tiefere Stelle, sondern dass man hier in einem Bereich ist, wo man konstant in einem durchziehen kann, ohne verschiedenen Höhen. Dann klappt das eben auch mit der Jig-Führung ganz gut. Ja, und ansonsten hier natürlich einfach Spinning machen. Ob das jetzt in die Richtung ist oder in die Richtung einfach durchziehen, gar nicht gezielt hier dann speziell auf den Saibling, sondern den Saibling einfach vielleicht dann nur mit zwei Grundrouten so als netten Beifang betrachten. Denn das ist es natürlich bei so einer Frequenz, wenn es dann mal... Na, ist da wieder was dran? Alle paar Minuten nur bimmelt, dann muss man sich ja zwischendurch noch ein bisschen beschäftigen. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen trotz allem lohnenswert. Einfach, weil die Saiblinge ganz gut Kohle bringen. Wie viel die bringen, schauen wir uns jetzt nochmal eben an. So, gucken wir mal eben rein hier in den Fischmarkt. Und so sieht es aus. 1,9, 1,9. Also, beide Fische knapp 2 Kilo und bringen 24 Silber. Das ist doch mal eine Ansage. Gar nicht so schlecht. Und wenn man dann, wie gesagt, man kann es auch mal mit einem Tauwurm versuchen oder mit einem Mistwurm. Auch das funktioniert, hat auch am Ladoga-See immer mal wieder funktioniert. Also, da auch ein bisschen mit den Ködern variieren. Steinfliegenlarve, Eintagsfliegenlarve, Köcherfliegenlarve könnte ein bisschen klein sein. Und dann eben die verschiedenen Würmer. Aufpassen, wie gesagt, es können natürlich auch immer noch andere Fische reingehen. Und was man auch testen kann für die Saiblinge sind sowas wie den Grashüpfer oder Grille, also die Käfer, die verschiedenen Insekten, sowas alles mal rein ins Wasser und rausziehen die Brocken. Kratsching! Mal eben schön fuffi gemacht. Ich gehe jetzt wieder zum Sport und ziehe noch ein paar Saiblinge raus. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags um 19 Uhr. Petri. Montags, Mittwochs und Freitags um 19 Uhr.